Danke für die 1000 Abonnenten, wir haben es geschafft! Es gibt auch Neuigkeiten! Oh mein Gott, jetzt beantworte ich 10 eurer Fragen! Ich rufe ein neues Intro-Wettbewerb auf. Ihr allein gebt mir so viele Ideen. Was, du willst mit mir ein Video machen? Standards gilt, hey... Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben es geschafft, wir haben die 1000 Abonnenten geschafft! Danke für die 1000 Abonnenten, wir haben es geschafft! Ich freue mich wirklich, dass wir 1000 Abonnenten geschafft haben. Und es werden nicht weniger, es werden immer mehr! Leute, danke schön! Hört nicht auf, meine Videos zu gucken! Und erzählt euren Freunden, wenn die das noch nicht wissen, dass ich einen Kanal habe. Ja, ich habe einen Kanal! Oh mein Gott, SantiBioZ hat einen Kanal! Nee, weißt du... Und werdet einen Teil von der SantiBioZ-Army, indem ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert! Und danke an alle Kanäle, die mir erlaubt haben, auf ihre Videos zu reagieren! Einen großen Dank an euch! Es gibt auch Neuigkeiten! Als Dankeschön für die 1000 Abos werde ich in der Woche zwei Videos rausbringen, anstatt nur eins! Wie gewohnt wird am Freitag um 16 Uhr ein Video erscheinen und zusätzlich auch Dienstag um 16 Uhr! Wenn ich gut drauf bin, dann sende ich drei Videos in der Woche für euch, aber es kommt auch darauf an, wie ihr mich supportet. Denn Support ist kein Mord! Eine weitere Neuigkeit ist, dass am Ende der Videos, also bleibt dran, am Ende der Videos immer Fragen oder Aufgabenspiele von mir gestellt werden. Lasst euch überraschen! Eine Neuigkeit betrifft auch die Grüße, und zwar am Anfang und am Ende der Gaming-Videos werde ich euch natürlich in Schrift grüßen. Ich werde ein Frage-Antwort-Video machen, in dem ich 10 Fragen beantworte, aber ihr müsst dann schreiben, Hashtag-Frage und ich suche mir dann 10 Fragen von euch aus. Ich rufe ein neues Intro-Wettbewerb auf, in dem ihr mir Intros erstellen könnt. Und zwar müsst ihr dann in die Kommentare schreiben, Hashtag-Intro, dann schaue ich bei euch vorbei und gucke mir das Intro an. Das Intro, das gewonnen hat, wird zukünftig meine Gaming-Videos begleiten. Unser Kanal wird zusätzlich verlinkt. Schreibt in die Kommentare, Hashtag-Intro, dann werde ich bei euch vorbeischauen. Der allein gibt mir nur so viele Ideen, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme, alle Projekte schnell zu beenden. Ich will aber auch kein Video lustlos beenden, was mir auch keine Freude machen würde. Deswegen dauert es halt eben, bis ein Video fertig ist und ich es raushaue. Wenn ihr Lust habt, ein Video mit mir zu drehen, dann müsst ihr mir auf Instagram folgen und mir eine Nachricht schreiben, was ihr mit mir genau drehen wollt. Und vielleicht machen wir auch bald ein Video zusammen. Die Nation ist gespalten. Ich muss alle enttäuschen, die dachten, dass ich Standardskill haten wollte. Die Reaktion auf Skybase von Standardskill habe ich auf der Basis gemacht, um zu unterhalten. Ich wollte kein langweiliges, nicht nennenswertes Video machen, in dem ich mich bei Standardskill einschleime. Ich wollte, dass das Video die Nation spaltet. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich das geschafft habe. Eins steht für mich fest. Ich werde nicht gebeugt mit meinem YouTube-Kanal durch die YouTube-Landschaft gehen. Ich würde mir niemals anmaßen, über einen YouTuber herzuziehen, weil ich ganz genau weiß, wie viel Mut es kostet, sich auf YouTube zu zeigen und wie viel Arbeit hinter jedem einzelnen Video steckt. Ich respektiere alle YouTuber, wie alle Menschen, auch die Hater, denn wir sind letztendlich nur alle Menschen und Bewohner dieses Planetens. Und ich möchte mit meinen Videos nur unterhalten und dem nachgehen, was mir Spaß macht. Ich mache die Videos für euch. Anstatt mich zu beleidigen, könntet ihr mir Vorschläge machen, was ihr sehen wollt. Das wäre konstruktiv und darauf kann ich tatsächlich eingehen. Geistige Intelligenz hat man oder nicht. Peace. Wisst ihr was? Wenn Hater zum Großwerden eines Kanals dazugehören, dann nehme ich es gerne an. So gesehen darf man sogar froh darüber sein, dass man Hater hat. Ich habe Hater. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mit einem Abo unterstützen würdet.